Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Zuerst einmal möchte ich noch sagen, gestern gab es einen 101 Plus Spieler, den ich gezogen habe. Mega, mega krank und ja auch ich glaube vorgestern war das, ich weiß es nicht, nee nicht vorgestern. Aber am Sonntag gab es auf jeden Fall ein Video, da habe ich auch ein mega krasses Tor geschossen, ein Fallrückzieher und das schon von fast, fast, ich glaube fast außerhalb des Strafraums. Also wirklich richtig krasses Teil, der sich auch richtig schön reingedreht hat. Also schaut es euch auch gerne nochmal an, oben rechts in der Infokarte. Sind natürlich alle Videos der letzten Tage verlinkt. Ja, das Top Prospects Event geht nicht mehr lang. Ja, ich habe es jetzt, ich nehme das Video gerade gestern Abend auf, also es ist schon ein bisschen her. Das heißt, deshalb stehen hier auch noch 24 Stunden. Genau, also ich habe hier alles durchgespielt, den Almada habe ich mir schon lange abgeholt. Ich habe hier auch schon ein bisschen was gezogen, ich glaube hier ein paar 89er hatte ich schon dabei. Ja, ihr seht auch, ich habe zurzeit auch ziemlich viele Münzen, man kennt ihn, auf 490 angelehnt. Ja, ist halt einfach so. Kann man nichts anderes machen, ich kann euch auch zeigen bei Meilenstein, da ist jetzt auch nicht mehr viel los, das ist ganz klar. Aber ich habe alles abgeholt, was ich abholen kann, leider Best nicht. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich ihn kriege. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ja, Almada habe ich jetzt hier nicht abgeholt. Doch, ich hätte, doch ich habe Almada, aber das war Kauf für 3, wenn ich Spezialbandel. Achso, Spezialbandel, ist okay. Ich habe ihn durch die Talentsuche bekommen, okay. So, Unai Simon, kriege ich auch nicht, ist ja ganz klar, wegen den 5K FIFA Points. Aber sonst habe ich alles andere abgerufen, sieht eigentlich ganz gut aus hier, was ich hier alles bisher schon getan habe. Äh, ja, dann Talentfahrt, habe ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich habe auch noch weitere Packs hier, äh, ja, Talentfahrt wollte ich noch nicht zeigen. Dann hier habe ich noch ein, habe ich noch ein paar Packs, 3 Stück an der Zahl. Vielleicht gibt es nochmal ein bisschen mehr, keine Ahnung. Äh, genau, heißt, Leute, Lego, ich habe drauf gedrückt und, ja, aus den Packs hatte ich die 100 Plus Spieler. Hier, und ich bekomme 50 Talentpunkte und ein Spezialstück, mega nice hier, da ich nochmal eins, äh, eins, äh, wiederbekommen. Sehr nice. Also, wenn ich hier wirklich nochmal ein 100 Plus ziehen sollte, oder überhaupt noch ein Spieler, dann, ey, dann ist wirklich wieder mein Packlack, ey, ich weiß auch nicht. So, weiter geht's, noch ein Spezialstück, sehr schön. Und 250K, gut, sieht's nicht ganz so schlimm aus da oben. So, okay, zwei Packs noch, nächstes Pack und es sind wieder 50 Talentpunkte, jawohl, mega nice, mega, mega nice. So, ein Pack haben wir noch, ein Pack haben wir noch. Gönnen, yay, bitte, 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 gönnen. Ja, fünf, ich weiß nicht, 200, 250K sind das, glaube ich. Ja, okay. Ah, und hier haben wir auch gleich hier nochmal die Top-Token zusammen, sehr, sehr nice. Oh, das wird mega. Kann ich hier gleich nochmal zwei Packs abholen. Ich glaube, drei sind's sogar. Ja, ich glaube, drei Packs sind's sogar. Hui. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt. Wir können hier, ich habe einen Garantierten auf jeden Fall dabei. Ich habe drei Packs hier am Start. Und, ja, 95 Plus habe ich dabei. Aber ich, ich brauche gar nicht sagen, hier, EA gönnt mal sowas oder sowas. Ich habe so viel Packlack bekommen in letzter Zeit. Also wirklich, EA muss hier nichts Krasses gönnen. Ich haue jetzt hier einfach mal schnell noch die Packs durch. Let's go. Erstes Pack. Und wir ziehen. Und wir ziehen, wir ziehen. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Wieder ein 101er. Ich bin, ich bin am verzweifeln. EA. EA Sports. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. EA. Was macht ihr? Wieder ein 101er gezogen. Leute. Ich möchte gerne noch was in der, ähm, Liste ergänzen. Also. Saka, Ruben Neves, Demiral, Tommy Abraham. Noch ein 97er hatte ich auch noch hier, äh, als ich Saka gezogen hatte. Und ein Trakowski. Das war's komplett. Ja, moin. Und ich hab noch nicht mal den Garantierten bekommen. Zwei Packs hab ich noch. Alter, schon wieder ein 100 plus Spieler gezogen, ey. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. So, ich hab drauf gedrückt. Nächstes Pack. Und wir ziehen, wir ziehen, okay, Skillboost. Skilly, skilly, skillboost sind hier auch am Start. Ja, ein Garantiertes hab ich jetzt auch auf jeden Fall am Start. Ein Garantierten Spieler. Ich, ich find mich auch mit nem 95er ab. So ein Ding ist das. Es ist total egal. Ich hab jetzt nochmal einen Trakowski gezogen. Alter, Leute. Boah. Okay, let's go. Ein Pack hab ich noch. Ein Pack ist hier noch am Start. Let's go. Ich hoffe auf was Großes. Aber, ey, 95er wär vollkommen in Ordnung. So, jetzt hab ich drauf gedrückt. Ich hab drauf gedrückt. Letzter Spieler. Letzter Spieler ist Daniel James. Jawohl. 97er nehm ich auf jeden Fall mit. Der ist vollkommen in Ordnung. Den nehm ich auch sehr gern mit. 136 Tempo. Wow. Krank. Naja. Also auf jeden Fall. Ja. Ich geh hier mit frohen Mutes hier raus aus diesem Event. Es ist einfach krank gewesen. Wirklich. Es ist einfach krank gewesen, was ich alles gezogen hab bisher. Aber, das war's ja noch nicht. Ich hab ja noch. Ein, was hab ich noch? Ein, was möchte ich noch abholen? Ein, was will ich noch abholen? Top Talente. Und zwar Talent Fad. Da hab ich noch 500 Punkte. Die möchte ich auch noch einlösen. Fran Beltran will ich mir noch abholen. Mega, mega krank. Ja. Was ich hier wieder für Pecklack hatte. So, zack. ZDM abholen. Nicht schlecht. Und, ja. Den haben wir jetzt auch am Start. Ich werd die alle verkaufen. Alle Spiele, die ich hier auch bekommen hab. Aber ich warte erstmal noch kurz, bis das Event vorbei ist. Einen Tag danach vielleicht. Dann werd ich die auch alle verkaufen. Ja, wie das aussieht. Demiral. Oh, der ist was wert. Dracovski. Der ist auch noch mehr als eine Million. Fran Bertran. Okay, der ist nichts mehr wert. James ist okay. Ist auch nichts mehr wert. Ja, und Lanes auch. Auf jeden Fall nicht. Aber mega, mega nice, Leute. Ja, oh. Ich hab grad eben noch gesehen. Ich hab noch einen Buskets hier rumliegen im Verein. Weil, den hab ich gezogen beim Hazard Event. Genau, hab ich euch gar nicht gezeigt. Und ein Sigurdsson auch. Okay, dann würd ich jetzt auch an dieser Stelle sagen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Ja, wieder ein 100 Plus Spieler. Und krank. Einfach nur krank. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.